Klasse! Knudeldäckchen! Knuddelknuddelknuddeldeckchen! Vielleicht hier drin? Nein! Wo ist es denn bloß? Oh! Was ist das für ein Dingman? Ein Kassettenrekorder, Babybob. Kann man damit auch spielen, ja? Klar, damit kann man sehr viel Spaß haben. Ui, tolli! Wenn man auf diesen Knopf drückt, kann man alles Mögliche aufnehmen. Aha! Und drückt man auf diesen Knopf, kann man sich das Aufgenommene anhören. Oh! Sag mal was Lustiges. Icky, Bicky, Bicky, Boo! Jetzt hören wir uns auf dem Kassettenrekorder an, was du gerade gesagt hast. Hör zu! Icky, Bicky, Bicky, Boo! Wer war denn das gerade? Das war ich! Ich hab nämlich gerade was ganz Lustiges gesagt! Nochmal! Das will ich nochmal machen!